Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop Tutorial. Ich bin der Oliver und heute gibt es mal eine Sache, von der ihr mit 99%ige Wahrscheinlichkeit noch nie etwas gehört habt. Denn es gibt in Photoshop ein Zählenwerkzeug. Das findet ihr hier bei den Pipetten. Ich wähle das mal aus und jetzt kann man hier oben eine Farbe auswählen. Ich nehme mal ein Knallrot und die Pins, die gleich kommen, kann man ein bisschen größer machen. Die Schrift 40 passt auch ganz gut und jetzt kann ich tatsächlich mit diesem Cursor hier Dinge zählen. Also ich fahre jetzt mal hier diese Rechtecke ab, die ich zählen möchte und so kann ich also auf diese Art etwas durchzählen. Ja, das ist relativ langweilig und auch einigermaßen nutzlos, weil das kann man auch mit dem Finger rauszählen und deswegen lösche ich das mal wieder. Das Interessante an diesem Werkzeug ist nämlich, dass man diese Zählen auch automatisieren kann und dazu brauche ich allerdings eine Auswahl. Deswegen gehe ich mal auf Auswahl, Farbbereich, wähle hier die Lichter aus hier oben und ja, der Kontrast ist relativ stark. Deswegen habe ich jetzt hier tatsächlich 21 Auswahlen für diese 21 Rechtecke und der Rest ist jetzt relativ leicht. Ich hole mir jetzt das Fenster, Messprotokoll und jetzt ist hier oben dieser Button, Messungen aufzeichnen ausgegraut. Deswegen muss man einfach nur mal das Werkzeug beliebig wechseln und jetzt kann ich hier draufklicken und siehe da, ich habe 21 dieser Rechtecke, die jetzt ausgewählt sind und damit ist die Zählung hier abgeschlossen. Total spannend, nee, eigentlich total langweilig, aber vielleicht habt ihr jetzt euren Horizont, was Photoshop angeht, etwas erweitert. Wenn ihr was gelernt habt, wenn ihr es genauso skurril findet wie ich, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Video.